Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Technik-Deal des Tages und heute geht es um ein ganz besonderes Gadget. Es geht um ein Gadget, was ich aus meinem Werkzeugkasten nicht mehr wegdenken möchte. Nämlich genauer gesagt geht es um ein Wifi-Endoskop, eine 1080p Mikrokamera, die mit diesem Endoskop ohne Probleme mit Android, mit iOS usw. gekoppelt werden kann. Und das ganz einfach via Direktanbindung. Diese Cam habe ich jetzt schon einige Zeit im Einsatz. Ich muss wirklich sagen, sie macht sehr viel Spaß, vor allen Dingen aber auch, weil sie ein wirklich gutes Tool ist. Und die gibt es heute im Deal 28% günstiger. Normalerweise kostet die Endoskop-Kamera 44 Euro und heute bekommt ihr sie für knapp 32 Euro. Das heißt, dieser Deal ist natürlich wie immer exklusiv verfügbar. Das heißt, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, nutzt es definitiv. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox. Ich weiß wie immer nicht, wie lange der Deal noch gültig ist. Das heißt, wenn ihr die Kamera haben wollt, dann holt sie euch, solange ihr diesen Preis dann wie gesagt auch bekommt. Zu den harten Fakten der Wifi Endoskop-Kamera. Sie besitzt einen Durchmesser von 5,5 mm, hat eine Kabellänge von 3,5 Metern, was ich wirklich sehr beachtlich finde. Aber es gibt sie auch noch optional mit 5 Metern oder gar mit 10 Metern. Also das heißt, für alle, die etwas länger benötigen, ist das auch ohne Probleme verfügbar. Und natürlich habt ihr hier ein Steuerungselement, mit diesem sich die Kamera dann auch ohne Probleme, ohne das Smartphone, Tablet etc. steuern lässt. Was macht diese Kamera so einzigartig? Erstmal natürlich ist es der Preis für diese Preiskategorie. Ich habe wirklich viele Geräte getestet, hatte ich noch kein Gerät in dieser Qualität. Und das ist genau der zweite Punkt, die Verarbeitungsqualität. Die ist hier richtig, richtig hoch. Man hat hier von Kais, wo dieses Endoskop rausgekommen ist, sehr darauf geachtet, dass es extrem beständig ist für verschiedenste Oberflächen. Das heißt, auch wenn ihr in Feuchträumen und so weiter mit dem Endoskop arbeitet, werdet ihr keine Probleme haben. Es ist wasserfest. Und vor allen Dingen liefert es eine gute Qualität mit 1080p HD-Auflösung. Dann könnt ihr hier Videos aufnehmen, wie ihr dann dementsprechend auch das Wifi-Endoskop einsetzt und könnt es hier wirklich optimal in Position bringen. Was mich sehr begeistert hat bei dem Wifi-Endoskop, ist die lange Haltbarkeit einer jeden Akkuladung. Fünf bis sechs Stunden könnt ihr danach das Endoskop ohne Probleme verwenden und werdet hier auch durch die verschiedenen Aufsätze, die mitgeliefert werden, ohne Probleme in Winkel gucken können. Und könnt natürlich auch dementsprechend diese Aufsätze ganz schnell und ganz einfach einmal wechseln. Für alle, die sich jetzt fragen, wie sieht die Video-Qualität bei Dunkelheit aus, hier hat sich Kais etwas ausgedacht. Und zwar hat man an der Spitze der Kamera nochmal zusätzlich eine Leuchte angebracht. Diese LED-Leuchte sorgt einfach perfekt dafür, dass ihr auch während des Drehvorgangs in dunklen Räumen und so weiter mit der Endoskop-Kamera ohne Probleme alles erkennen könnt. Und leuchtet dann den kompletten Vorderbereich der Kamera einmal für euch aus. Meines Erachtens sollte eine Wifi-Endoskop-Kamera mit App-Anbindung mittlerweile in keinem Handwerk-Setup mehr fehlen. Von daher nutzt das Angebot, wenn ihr die Kamera günstiger haben wollt. Wie gesagt, standardmäßig kostet die Cam 43,99 Euro und aktuell gibt es sie für knapp 32 Euro. Das heißt, ihr spart hier 28 Prozent. Link natürlich zum Angebot einmal für euch in der Infobox. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt zu diesem oder zu anderen Themen, lasst es mich gerne einmal in den Kommentaren wissen. Und ich versuche, wie ihr das von mir kennt, alles so schnell wie möglich für euch zu beantworten, dass ihr selbstverständlich noch diesen Deal wahrnehmen könnt. Wie gesagt, ich weiß wie immer nicht, wie lange der Deal online ist. Das richtet sich komplett nach der Auslastung. Viele fragen mich immer noch nach einigen Tagen und Wochen, ob ich nochmal so einen Deal realisieren kann. Das ist meistens nicht möglich, deswegen nutzt das definitiv und spart euch das Geld. Bis dahin hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr hier ein Abo dalasst. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen News, Reviews, Deals und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikwelt exklusiv für euch hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da und ihr verpasst keinen Deal etc. mehr und seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Passt bis dahin auf euch auf und bleibt gesund. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.